Hans, dein Fressen ist unter aller Kanone. Ich werde diesen Fressen nicht essen. Ich bin nicht deine Mutter, Arschloch. Dann koch doch dein eigenes Fressen. Hey, wach auf! Wir werden angegriffen! Ich werde diesen Fressen nicht mehr verletzen. Unter! Flash! Ist das alle? Für jetzt. Wir sind alle in der Hölle. Wir müssen das Anni-Ahrcraft-Gun. Wir müssen das Anni-Ahrcraft-Gun. Wir gehen raus. Das Gun ist gut-Defendig.